Let us detonate tonight Ich bin seit einer ganzen Weile jetzt Broncos Fan Hab im Superbowl 50 Sieg glücklich miterlebt Das Ausscheiden von Peyton Manning bei den Broncos Einen der größten Quarterbacks aller Zeiten Auch das glücklich miterlebt Und die Geschichte damals war ja doch Man hat Peyton Manning auch in einem guten Alter geholt Zu den Broncos Und das Ganze ging gut aus Das Ganze ging gut aus Peyton Manning wirklich absolut top gespielt Ist aber auch ein absoluter Ausnahmeathlet Schon immer gewesen Und ist es auch Ja in seiner letzten Saison jetzt nicht mehr so sehr Aber war es immer gewesen Und hat den Superbowl mit den Broncos gewonnen Und ja danach kam eine kleine Dürre Phase Da muss ich mich auch umgucken Große Dürre Phase Weil Stand jetzt haben die Broncos seitdem keinen richtigen Quarterback mehr gehabt Und da muss ich als Broncos Fan natürlich sagen Das ist schade Das ist sehr sehr schade Man hat versucht Man hat versucht in der ersten Runde Einen guten Quarterback zu picken Damals Paxton Lynch Wir alle kennen die Story Komplett nach hinten losgegangen Ja Chad Kelly war vielversprechend Hat sich aber nicht so verhalten Wie sich ein Sportler verhalten sollte Vielleicht Wurde entsprechend gecuttet Wäre noch eine Hoffnung gewesen Die ich gehabt habe Dann letztes Jahr Case Keenum geholt Und ich dachte mir so Wow Ne Brauche ich nicht Wieder so ein mittelalter Quarterback Mittel Mittel Alt Mittelklasse Das ist nichts Wo ich noch eine große Upside sehe Kein Quarterback wo ich noch sage Hey der wird noch das Maß aller Dinge werden Der wird noch richtig gut Das ist einfach Es ist ein Quarterback Der ist okay Aber das war es halt am Ende des Tages auch schon Und dann Ja man hat letztes Jahr viele Talente im Draft verschlafen Die letzten zwei Jahre Talente verschlafen im Draft Hat sich da nicht richtig positioniert Das kann man auch ganz klar John Elway einfach ankreiden In einer solchen Situation Und jetzt steht der diesjährige Draft wieder Stand bevor Zwei Monate noch Zweieinhalb Monate Bis zum neuen Draft Murray hat sich jetzt angemeldet für den Draft Und man muss sehen Quarterback Class nicht so tief wie zum Beispiel im letzten Jahr gewesen Nicht so sehr viele Talente am Start In der diesjährigen Quarterback Class Ich habe trotzdem gedacht Dass die Broncos einen picken werden Zufrieden wäre ich mit dieser Wahl Wahrscheinlich auch nicht hundertprozentig gewesen Muss ich ganz ehrlich sagen Aber Ich habe eigentlich fest damit gerechnet Dass irgendwas in der Hinsicht passiert Jetzt war ich vorhin auf der Arbeit Und auf einmal schreiben mir so Menschen Die Broncos haben Joe Fleckow geholt Joe Fleckow Nach dem Superbowl damals Der bestbezahlte Quarterback der Liga Seitdem Naja Ich glaube Wenn ihr mich länger verfolgt habt Dann wisst ihr ungefähr Was ich von Joe Fleckow an sich halte Nämlich Also Nicht viel Sag ich mal Das ist Das ist auch wieder so ein Typ Das ist nichts Halbes Nichts Ganzes Das ist in meinen Augen Kein richtiger Leader Das ist so einer Der schwimmt einfach mit in der Masse Und Der ist okay Ja Meistens Manchmal auch nicht Aber mehr halt auch nicht Und als ich diese Meldung so gekriegt habe Da habe ich echt So einen mittelschweren Brechdurchfall wiederbekommen Weil Also das kann doch nicht angehen Das kann doch wirklich nicht angehen Du sitzt hier als Broncos Fan Ja Seit dem Absteht von Peyton Manning Das ist okay Eine große Legende ist gegangen Es kommt ein Umbruch Alles ist gut Wir haben Von Miller Einen der besten Spieler dieser Liga Und wir verkacken seine Primetime Weil wir es nicht geschissen bekommen Eine vernünftige Mannschaft drumherum zu bauen Letztes Jahr im Draft wirklich John Elbey mal wieder gute Arbeit zum Glück geleistet Viele gute Spieler Lindsay ist gut Chubb ist gut Courtland Sutton ist gut Im Draft viele Viele gute Spieler geholt Und wichtige Ja einen wichtigen Baustein einfach für die Zukunft dieses Teams gelegt Aber Das was den Broncos seit Peyton Manning einfach fehlt Ist dieses Gesicht in der Offensive Und es war im letzten Jahr Am ehesten noch für LeBlindsay gewesen Der dieser offensiven Gesicht verleiht Und jetzt hast du nach Case Keenum Der sich jetzt wahrscheinlich auch fragt Ob man ihn verarschen will Jetzt hast du nach Joe Fleckow sitzen Herzlichen Glückwunsch Von den Ravens geholt Gebencht Gegen einen Quarterback Von dem ihr auch wisst Was ich von ihm erhalte Nämlich Lamar Jackson Für mich kein vollwertiger Quarterback Zum jetzigen Moment Und wegen ihm wurde er gebencht Also wegen ihm wurde er gebencht Das muss man sich auch nochmal vor Augen führen Und dieser Quarterback ist jetzt Quarterback Bei meinen Denver Broncos Und die Broncos denken sich so Geil wahrscheinlich John Elbey denkt sich wieder Gut gemacht John Richtig guter Job Nächster alter Quarterback geholt Der auch noch verdammt teuer ist Der auch einfach noch mächtig viel Geld kostet Und dafür haben wir noch Ich weiß gar nicht Ich habe es gar nicht Dritte oder vierte Runde War glaube ich nicht ganz klar Hingelegt Ist mir in dem Moment Aber auch gerade ehrlich gesagt Egal Weil ich mir einfach nur so denke Junge Das kann doch wirklich Nicht euer Ernst sein Dieses Team braucht ein Gesicht Dieses Team braucht ein Leader Ja Ich hätte mich Das war unrealistisch Vor allen Dingen nach den ganzen Gerüchten Dann am Ende des letzten Draft Ich hätte mich so gefreut Wenn man alles getan hätte Um Baker Mayfield zu bekommen Ich hätte wirklich Ich hätte mich unfassbar gefreut Wenn man alles getan hätte Um den Jungen zu holen Der Junge Das ist ein Charakter Das ist ein Typ Und den brauchst du bei uns im Team Den brauchen die Denver Broncos Wir haben Von Miller Versteht mich nicht falsch Wir haben Von Miller Er ist einer der besten Spieler der Liga Aber in der Defensive Die Spieler bekommen nie so die Beachtung Die werden nie so als der große Star Der Mannschaft angesehen Von Miller ist der große Star der Mannschaft Aber es fehlt in der Offensive einfach Ja Das Gesicht des Teams Es fehlt einfach Der Franchise Guy Der dieses Team in die Zukunft führt Und jetzt kriegst du Joe Fleckho Und ganz ehrlich Da spiele ich lieber mit einem Mittelklasse Quarterback Und verkackt das nächste Jahr Als jetzt wieder weiß ich nicht Wie viele Millionen Joe Fleckho zu setzen Da fehlt mir einfach irgendwann Wirklich das Verständnis für Und das ist traurig Weil ich sage seit Jahren Wir brauchen dieses Gesicht In der Offensive Ich sage seit Jahren Wir brauchen einen jungen Quarterback Mal den wir aufbauen Ja Paxton Lynch ist nach hinten losgegangen Aber mein Gott Es gibt auch noch andere Optionen Ja Das ist wieder so ein typischer Elway-Move Ich versuche auf Nummer sicher zu gehen Damit ich nicht verkacken kann Ich habe das Gefühl Er hat nach Paxton Lynch Irgendwie die Hosen voll gehabt Einen Quarterback zu holen Aber das ist nicht die Lösung Wer nicht wagt Der nicht gewinnt Und mit so einer Politik Auf der Quarterback-Position Sorry Aber da gewinnst du nicht Und selbst wenn wir gewinnen Es ist so Ja toll Wie lange kann der spielen Der bleibt nicht lange Quarterback dieses Teams Und das ist einfach Das ist so eine extrem Unbefriedigende Situation Die ich als Broncos-Fan Einfach vorfinde Weil ich Ich habe irgendwie das Gefühl Man ist planlos Man ist planlos im Frontoffice Der Broncos Was die Quarterback-Position angeht Klar Die QB-Draft Klar ist dieses Jahr Nicht sehr breit Ich denke das war auch Letztlich ein Entscheidungspunkt Dann um Joe Fleckow zu holen Aber warum dann Fleckow Dann kann ich auch mit Kienem Weiterspielen Warum Also ich finde Fleckow macht in keinem In absolut keinem Szenario Irgendeinen plausiblen Sinn Irgendeinen Da kann ich auch Case Keenem nehmen Mir kann auch keiner erzählen Was Case Keenem ist deutlich schlechter Wäre als Joe Fleckow Also Sorry Das ist Das geht einfach nicht Und Ich glaube Vielen Broncos-Fans da draußen Geht es einfach anders Alle anderen lachen mittlerweile darüber Ja es ist so Kommt so die Meldung rein Die Broncos Holen Joe Fleckow Und alle lachen sich tot Über die Denver Broncos Wir sind eines der erfolgreichsten Franchises Eigentlich der letzten Jahre gewesen Und eines der erfolgreichsten Franchises Der ist einfach richtig Nach so einem jungen Spieler Nach einem Spieler Wo sie sagen können Hey Das ist die Zukunft unserer Franchise Und Es wird wieder nicht gemacht Es wird Joe Fleckow geholt Ein Auslaufmodell Ein absolutes Auslaufmodell Den jeder loswerden will Für das Gehalt Und den kaufst du dann Und da denkst du dir halt auch Ne Leute Ganz ehrlich So macht das keinen Spaß Ja ich hab keinen Bock Den nächstes Jahr spielen zu sehen Ich hab keinen Bock Den spielen zu sehen Bin ich ganz ehrlich Ich will den Jungen nicht spielen sehen Ich hab schon keinen Bock Auf Case Keenem gehabt Das sind so Das sind so Mittelklasse Typen Die willst du nicht Auf der Quarterback Position sehen Da hast du einfach Keinen Bock drauf Als Fan ja Muss man aber mal ganz ehrlich So sagen Und Ja du willst da Ein Typ wo du sagst Wirklich Der Typ ist geil Ist ein geiler Typ Und der wird unser Franchise Hier nach vorne bringen So ein Typ wie Baker Mayfield Ich kann mich nur wiederholen Gibt ein paar Quarterbacks In der Liga Die so sind Patrick Mahomes Bei den Chiefs Die haben sehr viel Glück gehabt Mit Mahomes Alles richtig gemacht Rückblickend Wenn er jetzt so weiterspielt Muss man natürlich immer dazu sagen Dann siehst du So viele gute Talente So viele junge Quarterbacks Deshaun Watson Bei den Houston Texans Ja du siehst wie gesagt Du siehst Baker Mayfield Lamar Jackson macht seine Action Bei den Ravens Auch wenn ich ihn nicht so toll finde Ähm Du siehst so viele junge Quarterback Talente Und dann hast du ein Team Was seit drei Jahren Oder vier Jahren Einen Quarterback sucht Und dann denkst du dir Jetzt stehst du da mit Joe Fleckho Äh Das ist scheiße Auf gut Deutsch gesagt Das ist wirklich scheiße Und ich hoffe sehr Die Broncos kommen Ähm Aus diesem Loch So ein bisschen raus Weil Ganz ehrlich Von Miller Ich hab's schon mal gesagt Von Miller Hätt es echt verdient Getrayed zu werden Nicht Nicht weil ich ihn nicht mehr Bei den Broncos sehen will Von Miller ist für mich Der absolute Top-Spieler Der Broncos Mein Lieblingsspieler Der Liga Aber Wir vergolden sein Talent Wir vergolden Seine Karriere Im Endeffekt Klar Er hat einen Superbowl-Sieg Er ist Superbowl-MVP Aber Da wäre noch mehr drin gewesen Der Junge hat mehr verdient Der Junge hat mehr verdient Und das tut mir so leid Ja Man guckt dazu Mit so Mittelklasse-Lösungen Und da Da gewinnst du am Ende Keine Spiele Ja Mit so einer Vorsicht Da gewinnst du am Ende des Tages Keine Spiele Und ich hoffe einfach Die Broncos kommen da Auf einen vernünftigen Pfad Wo es heißt Hey Wir haben den Jungen gefunden Den wir brauchen Für dieses Franchise Für dieses geile Franchise Ja Die Denver Broncos Sind ein geiles Franchise Und Das sind Franchise Auf die viele Leute auch Bock haben Und das ist nicht das Abstellgleis Für zweitklassige Quarterbacks Die viel Geld bekommen Ja Das sollte unser Team nicht sein Ähm Da muss man einfach mal Gas geben Einfach mal Wieder All in gehen Mal gucken Quarterback-Talente Mal ein bisschen Die jungen Spieler fördern Und vielleicht hat man ja Bei einem mal Glück Und es läuft Ja Immer noch besser Also meiner Meinung nach Ist es besser zu gambeln Auf einen Ähm Als sich mit solchen Zweitklassigen Lösungen rumzuschlagen Weil die Leistung Die die am Ende bringen Ja Also die wird vielleicht auch Ein Quarterback Auf den Draft bringen können Sag ich mal Ähm Deswegen ja Ich wünsche mir als Broncos-Fan Auf jeden Fall Dass da irgendwann eine Lösung gefunden wird Weil Schön ist das nicht Alle anderen Broncos-Fans Gerne unten rein Und die von Anderen Teams Auch gerne unten rein Ich weiß Die Kollegen aus unserer Division Die Chiefs Die Raiders Und so Die werden sich natürlich freuen Ähm Dass es bei den Broncos Nicht vorwärts geht Gar nicht verstehen Ähm Aber gerne auch eure Meinung Unten in die Kommentare Ich bin Ich bin sprachlos Ich bin wütend Ehrlich gesagt Und ich bin fassungslos Weil ich einfach nie nachvollziehen kann Wie Wie man so ignorant Durch die Welt laufen kann Und ich kann ganz Ich muss ganz ehrlich sagen John Elway war einer der besten Quarterbacks dieser Liga Und ich Ich kann nicht verstehen Wie er Warum er sowas macht Ich kann es nicht verstehen Ich kann es wirklich nicht verstehen Äh Aber das geht mir nicht in den Kopf Ähm So Genug in Rage geredet Leute Kleines Realtalk Video am Rande Wenn es euch gefallen hat Daumen nach oben Ja Eure Meinung in die Kommentare Und dann sehen wir uns Im nächsten Video wieder Haut rein Bis dahin Euer Raphael von GameTesticle Ade